Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 16. Mai 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 617 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Werbung, Chromebooks, Zeit, Zelt besser gesagt, Osmo Action, Ring, Hulu und Gesichtserkennung. Ich beginne gleich mit dem ersten Google-Thema. Doch nicht lange ist es her. Google I.O. Damals versprach man, Datenschutz hochzuhalten und Daten nicht mehr so stark oder wie auch immer auszuwerten. Ich habe ja damals schon gesagt, alles nur bla bla. Jetzt möchte man mehr Werbung zeigen in seinen diversen Produkten, die man so zur Verfügung hat. Sein Smartphone, Smart TVs, Autos, smarte Autos logischerweise und so weiter. Dafür braucht man natürlich Daten und die muss man irgendwie auswerten, auslesen und so weiter. Ich bin ja gespannt, wie lange das anhält und das funktioniert mit der neuen Google-Privatsphäre-Geschichte. Weiter geht's mit Chromebooks. Es ist gar noch nicht mal so lange her. Irgendwann Anfang dieses Jahres tauchten die ersten Hinweise auf, dass man auf Chromebooks bald Windows installieren könnte. Alternative, generell alternative Betriebssysteme, natürlich auch irgendein Linux-Derivat, was man gerade so mag. Und das wäre ja wirklich spannend gewesen. Damals habe ich auch berichtet, dass das die Chromebooks deutlich aufwerten wird. Und ja, aktuell schaut es zumindest nicht so aus, als ob daraus so schnell was wird. Denn Google hat den Code vom Chromium-Projekt wieder entfernt und somit gibt es diesen sogenannten Alt-OS-Modus leider nicht mehr. Das heißt, in kurzer Zeit Einheit wird es wahrscheinlich kein alternatives OS auf den Chromebooks geben. Vielleicht will man da auch nur gewisse Dinge überarbeiten und bringt das Ganze wieder rein. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen und euch dann darüber berichten. Ihr mögt euch sicherlich noch an das Apple-Uvo erinnern. Da wo diverse Drohnen immer wieder drüber geflogen sind und man bald in einem Monatsabschnitt quasi neue Drohnen-Videos dazu gesehen hat. Das Ganze ist also ziemlich fertig, bis auf ein paar Garten, Bäume und Wälder arbeiten, die dann auch zu verrichten sind. Aber ansonsten schaut das Ganze ja sehr gut aus. Jetzt gibt es einen neuen, ähnlich grossen Bauvorhaben in Silicon Valley. Genauer gesagt, knapp, was waren es, glaube ich, 20 Kilometer neben dem Apple-Zentrum baut jetzt Google auch. Und man will fertig sein bis in den Jahre 2021. Und 2021 hat da also noch ein bisschen zu tun und baut da unter anderem einen Campus, der so gross ist oder gebaut wird auf einem Grundstück, das so gross ist wie zehn Fussballfelder. 55.000 Quadratmeter sind das in Zahlen, falls ihr was damit anfangen könnt. Auch sie möchten Bäume wiederpflanzen oder umpflanzen, soll Veloparkplätze geben etc. Möglichkeiten von Sharing Economy und solche Geschichten sind gegeben. Und man baut eine Solaranlage auf das Zeltdach, was rund 40% der Energieversorgung abdecken soll. Da würde ich sagen, Google noch ein bisschen nachbessern. Ich glaube, da geht auch mehr als nur 40%. Ich mag mich erinnern, als GoPro eine Drohne vorgestellt hat. Die ging leider baden und somit auch die Möglichkeit von GoPro aus dem Action-Kamera-Bereich auszubrechen, in neue Fähren vorzudringen. Jetzt ist das Ganze umgekehrt passiert. DJI kennt ihr sicherlich von den ganzen Osmo-Geschichten. Hatten wir ja auch in Geek Talk, Geek Talk TV und auch überall immer wieder mal, wenn es neue Produkte gibt, sind die bei uns sehr beliebt. Und mit der Osmo Action hat man jetzt einen GoPro-Konkurrent auf den Markt gebracht. Der kommt nächstens in den Handel, wird für 3,79 Euro und etwas knapp über 400 Schweizer Franken dann schlussendlich zu kaufen sein. Ab dem 22. Mai, also noch sieben Tage, sechs Tage dürft ihr warten und dann könnt ihr das Ganze ausprobieren. Wasser dicht, stossfest und alles, was halt so eine Action-Kam bieten muss, plus zusätzliches Zubehör. Aber hier natürlich, wie es sich gehört, für gute Action-Kams mit jeweils dem Adapter, welches zu Zubehör zu den GoPro-Modellen dieser Welt passt. Dann geht es weiter mit Ring. Die smarten Tür- und Überwachungskameras, Tür-Klingel-Kameras etc., die sind ja sehr beliebt. Wir hatten selber mal im lebensmart.ch-Blog einen Testbericht zu so einem verfasst. Und ja, was kann ich dazu sagen? Angekündigt hat man es schon vor Jahren, dass eine HomeKit-Unterstützung kommen soll. Nun, oder besser gesagt, im letzten Jahr wurde das ganze Jahr oder die Firma dann schlussendlich von Amazon übernommen. Und dann sind die Hoffnungen ziemlich jäh dahin gegangen. Man dachte, das kommt nicht mehr, weil Amazon natürlich andere Geschichten vorhat. Aber nee, jetzt ist es so, dass die Spotlight-Cam und das Video-Doorbell-Pro sind die ersten beiden, die eine HomeKit-Lizenz bekommen. Und irgendwann diesen Sommer wird dann ein Firmware-Update ausgespielt, über das ihr dann eben nachher euer Gerät auch an Apple HomeKit anbinden könnt. Disney ist ein Gigant, war schon immer ein gigantem Schwergewicht in der Unterhaltungsbranche. Und das hat sich ja vor allem im letzten Jahr geändert. Zum einen hat man Time Warner gekauft und vor noch 20th Century Fox. Also ziemlich große Übernahmen sind angestanden und die wurden ja auch vor kurzem abgesegnet. Somit das Ganze funktioniert und passt dann auch dahingehend. Und man will ja ab November, ich glaube dem 7., irgendwo darum oder 11., den eigenen Streaming-Dienst starten. Disney Plus heisst er. Und ja, damit es da noch mehr Content gibt, hat Disney weiter fleissig eingekauft. Also langsam werden sie richtig, richtig gross. Und neben Apple muss sich da Amazon und Netflix wirklich langsam mal ziemlich heftig anziehen. In den Staaten sehr beliebt beim Streaming-Publikum ist der Sender oder die Möglichkeit Hulu. Und die haben sie jetzt komplett übernommen. Eben über die beiden vorher genannten Übernahmen, Time Warner und die, was war das anderes, 20th Century Fox, welche beide Anteile an Hulu hatten, haben sie schon scheibchenweise Hulu sich einverleibt. Und jetzt haben sie noch den Dritten im Bunde, dessen Namen mir jetzt nicht mehr einfällt und mit einem S beginnt, nicht übernommen, aber zumindest dessen 30% Beteiligung an Hulu abgekauft. Für wie viel, wurde nicht verraten, aber Disney bekommt jetzt somit natürlich schlagartig Zugriff auf 28 Millionen Streaming-Nutzern, die eben bei Hulu bezahlen. Hulu selber soll aber noch ein Weilchen lang, doch einige Jahre bis über 2000, und irgendwas 20 weiter selbstständig laufen, weil da drüber auch die ganzen Rechte noch vom Inhalt laufen. Aber über kurz oder lang wird das Ganze integriert und oder im Bundle angeboten. Das werden wir dann im Herbst sehen, wenn sie den Dienst Disney Plus komplett vorstellen oder in voller Gänze vorstellen, so muss ich sagen. Weiter geht's mit einer erfreulichen Nachricht aus einem Land, wo man das jetzt eher, sagen wir mal, nicht gedacht hätten. Aus den Staaten, nämlich noch genauer aus San Francisco. Und da hat ein Gericht verboten, der Polizei und den ganzen Behörden, die in der Richtung unterwegs sind, auf Gesichtserkennungstechnologie zurückzugreifen. Egal, ob der Besitz, den Einsatz oder was auch immer, man darf da keine Gesichtserkennung von der Masse der Menschen machen. Privatsphäre sei höher angesehen. Da gibt es natürlich auch Gegenbewegungen und die Sicherheit sei in Gefahr etc. Ich finde das einen sehr guten Entscheid, einen wegweisenden Entscheid und hoffe, dass da auch andere Städte, Länder und so weiter, Hust, China, in die Richtung einlenken, weil, ja, das muss nicht unbedingt sein, würde ich sagen. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute wieder bereit hatte für euch. Eventuell ist morgen der Achim wieder da. Ansonsten mein Rainer und, ja, bis dahin, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Tschüss, euer Pogipsi. Bye, bye. Hört mehr Geek Talk.